Football ist eine klasse Sportart, da geht es schnell zur Sache. Es ist ein harter Männer-Sport, ich kann mir vorstellen, dass Frauen dieser Sportart richtig gut gefällt. Bei der man schon auf die Idee kommen könnte, da fielen einfach Grobianne übereinander her und verpassten sich gegenseitig Gehirnerschütterungen. Ein harter Mannschaftssport, wo es auch tatsächlich um Taktik geht. Ich bin selber Eishockey-Fan und da geht es auch kräftig zur Sache. Und beim American Football sicher auch, die sind nicht ganz so geschützt wie die Eishockeyspiele, aber ich finde es auch einen tollen Sport. Mit ziemlich komplizierten Regeln, kennen Sie die? Also nicht alle, ich weiß aber, das Ziel ist, dass man auf die andere Seite kommt und alle anderen versuchen das zu verhindern und das macht richtig Spaß, wenn man zuschaut. Vor allem Sonntagnacht beim Superball. Ja, ich glaube, das ist die Champions League, die Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel, das jedes Jahr stattfindet, was bei der Fußball-WM ja nicht der Fall ist und eine unglaubliche Aufmerksamkeit erfährt. Und selbst bei uns, wie gesagt, viele Menschen nachts aufstehen, um das anzuschauen. Ich denke, das ist der Höhepunkt der Football-Saison. Also, haben Sie Verständnis, wenn Football-Fans aus dem Rathaus am Montag nicht so ganz auf der Höhe sind? Ja, wir haben Gott sei Dank eine gleitende Arbeitszeit, bei uns kann dann jeder ausschlafen. Ich gehe mal davon aus, dass die das schon gewohnt sind, dass sie ab und zu in der Nacht nicht zeitig ins Bett gehen. Das soll niemand davon abhalten, im Football zu schauen. Ja. 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 Ja.